Die Leute machen sich heute lustig über eine Frau mit Niqab. Sie machen sich lustig über einen Mann mit einem Bart. Sie machen sich lustig über den Mann, wenn er sein Gewand kürzt über den Knöchel. Darüber machen sie sich lustig und überlegt, liebe Geschwister, wie viele sogenannte muslimische Organisationen heute in YouTube ihre Schandtaten öffentlich preisgeben und sich über die Religion lustig machen. Überlegt. Und die vielen Juhal, die Unwissenden, unter denjenigen, die behaupten, Muslime zu sein, gucken sich sowas Tag ein Tag aus an. Und er sagt, haha, das war lustig. Und er weiß gar nicht, dass diese Verbrecher, diese Üblestunenden, die von den Yahud finanziert werden, sei es von, wie heißen die? Nicht RBB? Funk. Die von Funk finanziert werden, die den Islam wirklich abgrundteurig fassen. Dieses Funkunternehmen ist bekannt. Von den Zionisten unterstützt werden. So sind sie zufrieden damit und freuen sich, erfreuen sich an etwas Popularität. Morgen ist ihr Ausgang bei Allah Azza wa Jalla. Überlegt nur, wenn ein Unternehmen der Zionisten dich finanziert, was kann gut sein, was kann gut sein an deinem Islam? Was kann gut sein an deinem Islam? Das sind dieselben Leute, die über uns extrem herziehen. Diese Organisation. manche Leute stehen ein für die Religion und sind bereit, alles zu opfern für die Religion. Hingegen siehst du Leute, die alles dafür nehmen würden, damit sie die Religion und deren Anhänger angreifen. Aber Alhamdulillah Rabbil Al-Amin. Wisset, liebe Geschwister, morgen ist der Tag des Gerichts. Wie viele Leute machen sich lustig über die Muslime? Wallahi, du siehst manche Frauen, die hat ein Kopftuch an und ist unzureichend bedeckt. Nicht richtig bedeckt. Lediglich, das Kopftuch bedeckt ihre Haare. Sonst ist sie sehr freizügig angezogen. Und diese Frau, die ein Kopftuch trägt, macht sich lustig über eine Frau, die den Niqab trägt, die Gesichtsbedeckung. Ajib. Ajib. Einer, der in drei Tage Bad hat, von den Muslimen, macht sich lustig über jemanden, der der Sunna des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, bezüglich des Badwachsens folgt. Es gab Gelehrte, die sogar gesagt haben, um in dieser Angelegenheit Zeichen zu setzen, wer sich nur über den Siwak lustig macht, das ist der Zahnstack, mit dem Mann seine Zähne säubern, wer sich darüber lustig macht, weil dieser zu Sunna gehört, ist ein Keh. Gebot. Gebot. Untertitelung des ZDF, 2020